Moin Leute, da melde ich mich mit dem 51. Teil. Ich glaube, das war jetzt noch richtig, keine Ahnung, Leute. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, Ärger, Ärger an allen Fronten immer wieder in diesem Leben, für das ich mich freiwillig entschieden habe und ich kann jedem nur abraten, sich dem Extremismus, egal ob politisch oder religiös, hinzugeben und dort mit Gewalt zu versuchen, Gesellschaft zu verändern. Ihr selber werdet zum Opfer werden, ihr werdet ganz viele Opfer machen. Es ist auf dem Kanal schon so oft erzählt worden, aber immer wieder, wenn ich jetzt hier meine Lebensgeschichte raushol und ich werde in die alten Denkmuster, in die drüber nach, da krümmt sich mir fast der Magen. Also nach gewissen Dingen muss ich dann wirklich erstmal runterfahren und es ist jetzt auch, wenn ich mir überlege, wie viele Baustellen ich aufgemacht habe mit Ärger, ist das für mich heutzutage überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. Meine Güte, Philipp, was ging dir da durch den Kopf? Immer wieder von Ärger zu Ärger, Stress, Polizei, jetzt gibt es die Rocker, dann in Berlin mit den Kameraden, mit Linken und so weiter und immer wieder. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ich immer ganz weit vorne mit meinem Namen. Ja, also immer, wenn es um die Kameradschaft Werbe ging und irgendwas ist passiert, irgendwo gab es Ärger, dann ist natürlich mein Name gefallen bei der Polizei, bei Gegnern, dass ich mich natürlich hier auch schon eine gewisse Zeit lang, ja, unter sehr viel Druck gesehen habe, das natürlich nie mit jemandem kommuniziert habe, aber ich muss das irgendwie aushalten. Ich war auch immer Ansprechpartner. Hier, Klingeling, Telefon, SMS, WhatsApp, wo es dann kam, immer als Ansprechpartner, immer, da ist was verrissen, komm mal hin, lass mal reden, hier, wie kann das sein? Und dann hörst du aus allen Ecken, da sollst du gejagt werden, da sollst du aufs Maul, da musst du hart dagegen angehen und so weiter. Wenn ich nur 10% von dem Leben heute leben müsste, weiß ich nicht, würde mich heute schon heulend ins Bett legen, sage ich ganz ehrlich. Kein Interesse mehr. Das kann man sich kaum nachvollziehen, wenn man nicht selber in dieser Spirale mal drin gewesen ist. Hashtag kenne ich Leute, dürft die gerne drunter machen. Wenn man dann weiß, man muss dauerangespannt sein, immer sich umdrehen. Die Paranoia kickt hart rein, Leute. Ist vielleicht so ein kleiner Ausflug, den man hier machen kann. Die Paranoia war mittlerweile so, dass selbst, selbst wenn ich im Restaurant war, habe ich mich immer hinten an die Wand gesetzt, um zu gucken, wer kommt ins Restaurant rein. Wenn ich aus dem Auto gestiegen bin, wenn zwei, drei Typen im Auto vorbeigefahren sind, habe ich in die Autos geguckt. Wenn ich durch die Stadt gegangen bin, hast du immer jeden gescannt, dauerhaftes Scan. Es nervt so hart. Bei jedem Polizeiauto denkst du, morgens irgendwas, irgendein Geräusch am Haus. Das kann man sich kaum vorstellen, was das mit einem macht, wenn du das dann hörst und denkst, okay, Polizei ist wieder da, Gegner sind da. Dauerhaft immer eine Axt bei sich zu tragen oder Waffen bei sich zu tragen, das macht einen unglaublich, unglaublich fettig. Und ich hatte jetzt ja, ich hatte so eine gewisse Zeit, wo ich dann ja immer mit der kleinen Pistole durch die Gegend gelaufen ist. Ich weiß die Bezeichnung nicht. Irgendjemand darf es gerne drunter schreiben. Kaliber 22, ich meine Siebenschuss, kleine Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg, die wurde mir zumindest gesagt, die die Panzerkommandanten hatten als Waffe, damit sie nicht so groß ist, damit sie, wenn sie aus der Luke aussteigen, dass sie nicht mit der Waffe hängen bleiben irgendwie. Die hatte ich mir über Militarier, Sammlerkreise dann auch zugelegt und die hatte ich dann ja ganz oft in meiner Bauchtasche mit. Und was ich mir natürlich eingeredet habe und das machen die meisten, die sich dann Waffen zulegen natürlich, ist, ja, das dient dem Selbstschutz. Das dient dem Selbstschutz und ich kann damit umgehen und ich würde sie ja auch nicht benutzen. Ich benutze sie nur wirklich in der Notfallsituation, Notwehr und so weiter. Also wenn mir den Vorsatz mit einer Waffe losgeht, da ist schon irgendwie so für mich so, dass man schon fast Ärger sucht und so weiter. Ich muss auch dazu sagen, mit der Waffe, besonders wenn wir dann noch im Club getrunken hatten und so, haben wir dann mit der Waffe manchmal rumgeballert. Ja, dann holst du sie raus und knallst und du denkst ja über nichts nach. Du bist so im Rausch drin in der Gruppe, scheiß drauf, wenn die Bullen dann kommen, dann versteckst die, wirfst die weg oder ja, war nicht meine und so weiter. So viele Dinge gemacht in diesem Rausch der Gruppe, ja auch in diesem Gefühl, unbesiegbar zu sein und so und immer wieder der Justiz auch ein Schnippchen zu schlagen. Ich muss dazu sagen, dass nicht jede Hausdurchsuchung, die ich erlebt habe, wird auf diesem Kanal erzählt, weil es würde den Rahmen absolut sprengen von dem, was ich an Hausdurchsuchungen hatte. Und es ist ja, es sind immer sehr, sehr ähnliche Geschichten von den Hausdurchsuchungen, wenn natürlich CDs, T-Shirts oder sonst was gesucht worden. Deswegen fallen die hier viel weg. Ich kann es ja sagen, ich hatte in meinem Leben über 25 Hausdurchsuchungen. Ich glaube, wir sind sogar näher an den 30 als an 25. Es kann sich kein Mensch vorstellen. Viele Leute halten das dann immer für bla bla. Aber es ist in der Betätigung im Extremismus, habe ich wirklich im Rhythmus von manchmal drei Monaten Hausdurchsuchungen gehabt. Mindestens alle sechs Monate. Rechner weg, Handys weg, Durchsuchungen. Es hat mich auch psychisch fertig gemacht. Hat ja danach auch hier zum schönen Wirrwarr in meinem Kopf gesorgt. Also dieser ganze Cocktail von diesem ganzen Leben. Ich wollte heute eigentlich mit einer ganz anderen Story einsteigen, aber das sind so Dinge, die dann hochkommen bei mir immer wieder auch zu wissen, okay, den Weg, den du eingeschlagen hast und den ich jetzt schon fast sechs Jahre sehr stabil gehe, nach meiner Meinung. Alles richtig gemacht, wenn das so hochkommt. Mit dieser kleinen Waffe war ich dann unterwegs. Wir haben da ab und zu dann, wie gesagt, aufeinander geschossen. Nicht aufeinander, aber Scheibe hingestellt, dann aus Spaß so ein bisschen dran vorbeigeschossen. Kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen. Ich erinnere mich, ich erinnere mich an einen Kameraden, an einen ehemaligen Kameraden und ich weiß, ja, der sagt immer noch Kameraden. Ja, aber wenn ich jetzt in der Denke, in der alten Denke bin, um die Story zu erzählen. Der verstorben ist bei einem Autounfall, glaube ich, vor zwei Jahren, wie ich ganz knapp an dem vorbeigeschossen habe, so im Spaß, im Clubhaus, das kann man gar nicht, da kann ich heute gar nicht mehr, das kriege ich gar nicht in meinem Kopf. Und wenn man bedenkt, man hätte den angeschossen oder vielleicht sogar erschossen und dass wir uns dann totgelacht haben, dass wir da mit der Knarre rumballern und haben, ich weiß gar nicht, ob wir das zu dem Zeitpunkt irgendwie so eine Art Spiel angesehen haben. Nicht, dass man sagt, dass es eine Ausrede ist, dass wir Kinder oder Jugendliche waren, die das nicht selber reflektieren konnten, was sie da machen, sondern man, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt nachgedacht hat. Und ja, mit dieser Waffe war ich sehr viel unterwegs, hatte die ja, wie gesagt, in dieser Bauchtasche drin. Und ich erinnere mich, da hatten wir Ärger, wie gesagt, dann mit diesen Rockerkrams. Und dann kam ja noch eine andere Gruppierung, auf die wir gleich kommen. Und da hatten wir ja, da habe ich die immer mitgenommen, weil ich gedacht habe ja zu dem Zeitpunkt auch die Rockers, dass die zu dem Zeitpunkt, zumindest die da in unserem Umfeld, dass die da ein bisschen härter durchziehen und dass wir dagegen halten müssen. Und wenn die natürlich irgendwie jetzt sagen, okay, wir lassen, wir lassen uns unser Gesicht nicht nehmen, wir ziehen durch und fahren auch mit Waffen und schießen, dass du gleich die Knarre rausholen kannst und auch schießt, wirklich Wild West oder Gangstergehabe, wo ich, wo ich gedacht habe, okay, ich muss die immer mitschleppen. Ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich selber dran, wo, wie die Story dann losgegangen ist. Wir, ich hatte da eine, eine Phase, wo ich, wo ich im Schwimmbad, im Schwimmbad immer war, war ich mit Thoman mehrmals die Woche, mehrmals die Woche schwimmen im Wonnemar und haben dann da Bahn gezogen. Da war auch ein Sportschwimmbad mit drin und haben da unsere Bahn gezogen. Sind da dreimal die Woche hin und eine Stunde Dauerschwimmen und hatte dann auch angefangen ein bisschen zu joggen, hatte dann auch ratzfatz 10, 15 Kilo abgenommen. Ja, ratzfatz, so einfach klingt das alles. Dann waren wir, waren wir in diesem Schwimmbad, da war ich dann mit Thoman schwimmen, wir waren da auch sehr bekannt, hatten dann da auch die ganzen Bademeister und wir wurden natürlich auch schon angeklotzt wegen den Tattoos, aber man hatte dann so einen Rhythmus und das, das war alles in Ordnung. Es ist natürlich ein großes Freizeitbad in Wismar, wo dann auch sehr viele, sehr viele von außen kommen und dann dort ihre, ja, dort mit Jugendgruppen hinfahren und was weiß ich. Es ist halt viel los, ja. Und wenn man dann so, wenn dann Jugendgruppen so aus Großstädten kamen, war das schon ein bisschen mehr Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und Thoman und ich haben da unsere Bahn im Wasser gezogen und da erinnere ich mich noch sehr genau dran und wir schwimmen und dann sehen wir so eine Gruppe von 5, 6, von 5, 6 Jugendlichen, waren Hälfte, Hälfte junge Migranten und und ersichtlich äußerlich Deutsche und die hingen dann so zu 6 rum, haben da so ein bisschen so einen Harten gemacht, hatten auch so ein bisschen, bisschen, ja, schon trainierte Figur und hingen da rum, haben so einen Harten gemacht und wir schwimmen so unsere Bahn und an dem Sportschwimmbecken waren hinten so die Fächer, wo du dann dein Duschgel, Badeschlappen und dein Handtuch und Bademantel und sonst was reinpackst. Und wir schwimmen so unsere Bahn natürlich nur Kopf so raus, schwimmen und beobachten die und stehen da so rum und haben mit Sicherheit irgendwas gelästert und haben abfällig geredet und wir haben ja auch jeden immer sofort herabgewürdigt, ja, immer volle Attacke und und dann irgendwann, äh, sagt Thomas so, äh, die fummeln, die fummeln da an meinem, an meinem Fach rum, ne, wir schwimmen so, ich sag, ach Digga, bist ihr sicher, ja, sind dann ja hin und hin und er dann so, hat er so aus dem Wasser so rausgeschrieben, was macht ihr da und dann haben sie so sein, sein Duschgel genommen und wollten das Handtuch nehmen, so haben wir es zumindestens gesehen, ja, äh, alles ohne Gewehr und, äh, weil ich ja nicht wusste, okay, haben die sich im Fach geändert oder wollten die das klauen, keine Ahnung, aber scheißegal, schöner Grund, um den Harden zu machen, ja, also, deswegen wird heute auch aufgelöst, woher der, woher der, woher der Begriff, woher ein Begriff kommt, das kommt nämlich gleich und, äh, die standen dann da zu 5, 6 rum, haben natürlich auch gleich zurückgepöbelt, haben ja auch nicht gesehen, wer da in so einem Wasser ist, ich sag mal so, wenn ich jetzt ein bisschen wieder ins Training einsteige, dann kann ich schon eine stabile, eine stabile Figur abgeben, ja, Thoman raus aus dem Wasser, geht natürlich sofort zu den Zug, greift dem so das Duschgel so aus der Hand, die flustern sich auch auf, ja, Thoman gleich so mittendrin, so vom Geschubse, die Bademeisterin, auch eine Bekannte von uns, ähm, ja, Namen sage ich jetzt nicht, weil ich weiß, du guckst das, und, äh, Bademeister, Bademeisterin da, Bademeister und, äh, gucken so von außen den Stress, ja, ich hinter Thoman raus und, ähm, der, der das Duschgel genommen und Thoman, die rangeln da so rum und sagt, was soll das und, naja, natürlich alles ein bisschen härter, das will ich jetzt hier nicht bei YouTube, äh, dass das hier alles gesperrt wird, und, äh, dann gab's, gab's den ersten Schlag von Thoman, dann wollten die auf Thoman raus, ich bin dann von hinten gekommen und da hat mich irgendjemand angeschrien von denen, was willst du denn, du beschissener King Kong, daher kommt nämlich das, dass ich damals dann, ähm, das, äh, das mit dem King Kong übernommen habe, dann heute umgekehrt in King unter den Kongs, ja, wisst ihr, Leute, könnt ihr auschecken unter diesem Video, daher kommt das, deswegen hab ich ja auch auf dem Bauch, hab ich, äh, dieses, äh, King Kong Tattoo, ja, das wird hier jetzt eingeblendet, muss ich, äh, Bennet erinnern dran, also, das Bild wird hier eingeblendet, deswegen hab ich mir dieses Tattoo gemacht und hab das dann umgedreht, weil ich dann eine Zeit lang dachte, ich bin der beschissene King Kong. Natürlich, ich sofort zu, als erste Handlung, die ich damals, die ich damals im Kopf hatte, war natürlich, okay, du schlägst zu. Man, man, ich kam damals gar nicht erst auf die Idee, Thoman zurückzureißen, die zu trennen und zu sagen, scheiß drauf, vielleicht hat er sich im Duschgeer geirrt und erzähl erstmal, warum und wieso, Thoman, fahr runter. Nein, natürlich sogar noch Thoman beiseite und gleich durchgekehlt, irgendwo hin. Naja, ich sag jetzt mal so, wir waren zu dem Zeitpunkt, war ich knapp 28, die waren vielleicht 19 oder 20, die waren überhaupt nicht drauf vorbereitet, dass zwei so massive Gewalttäter da aus dem Bad kommen. Na klar, kannst du da deine Klimmzüge machen und hast einen ganz guten Buddy, ja, aber wenn dann wirklich zwei Gewalttäter rauskommen, die sofort zuschlagen wollen, das als, und dann ging's da natürlich auch richtig rund. Dann wurde zugeschlagen, bis der eine auf die Fliesen knallt und der andere, und dann sind die abgehauen und dann war da irgendein Jugendbetreuer dabei, weil die aus Hamburg irgendwo kamen. Und wir sind dann natürlich auch immer gleich so in die Offensive und haben gesagt, also die Herabwürdigung natürlich, Beleidigung, Bedrohung, ja, wenn ihr rauskommt, knallen wir euch ab. Ja, du übertreibst ja auch gleich immer so. Das ist mir, es sind mir so viele Dinge natürlich, die ich hier auf dem Kanal dann erzähle, sind mir ja auch schwerstpeinlich, das darf man ja auch nicht immer vergessen. Es ist nicht so, dass ich mich hier immer hinsetze und sage, Mann, toll, was für ein cooler Hengst du warst, sondern wenn ich sowas heute von außen sehen würde, würde ich mir sagen, meine Güte, meine Güte, meine Güte, ich hoffe, du findest nochmal deine Ruhe und veränderst dich und so weiter. Deswegen ist das natürlich immer auch wirklich schwierig, das zu erzählen. Und ich hoffe, dass der eine oder andere dann aus dieser Veränderung auch was mitnehmen kann, um selber da was einzuleiten und sich nicht so zu verhalten. Ja, wir müssen mal sagen, okay, selbst wenn man jetzt sagt, ja, das Duschgel sollte geklaut werden und so weiter. Wir reden über einen Axt oder einen, was weiß ich, Fahr für 2,99, dass der geklaut wird und dafür schlägt man dann da jemanden wirklich massivst nieder, schwere Körperverletzung, auf die Fliesen da knallen, immer wieder zuschlagen. Und, ja, Verhältnismäßigkeit und so weiter. Und dann würde ich heute sagen, ich sage dir gerne, nimm das Deo mit und wenn du willst, nimm das Handtuch auch noch mit, bevor ich mir da irgendwas sagen würde. Und dann würde ich die Cops heute rufen. So einfach ist das. Ganz kurz in eigener Sache, wenn ihr uns unterstützen möchtet, mein Buch ist draußen Hass, Macht, Gewalt, Spiegel, Bestseller. Die Marke hinter dem Produkt King unter den Kongs. Checkt das mal aus. Unter dem Video sind ganz viele Links, wie ihr uns supporten könnt in unserer Arbeit Deradikalisierung an die Gewaltarbeit im Internet und oder an Schulen. Also, ganz viele Möglichkeiten. Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert. All das hilft. Vielen lieben Dank und Ahoi. Video geht weiter. Und natürlich haben wir dann gemerkt, und das ist bei den meisten Gewalttätern so, das werden auch einige hier kennen, ist, dass man dann, dass man dann ja sozusagen die Situation auch verlassen muss. Man weiß, okay, man ist jetzt hier durchgedreht. Wenn Leute das beobachtet haben, es wird wieder eine Anzeige gehen. Der Richter wird durchdrehen. Der weiß, wir sind Gewalttäter, das sind junge Leute. Und so, also, dass wir da, dass wir da abdüsen müssen. Irgendwelche Leute uns dann noch hinterhergerufen. Der Jugendbetreuer kam da noch und sonst was. Wir in die Umkleide, in die Umkleide gelaufen. Aufgemacht, ja, Bodybuilderhose an, T-Shirt drüber, Bauchtasche um. Ja, auch noch, auch noch die, die, die Knarre mitgehabt. Und erst mal raus aus der Situation. Ich hab dann noch einen Freund von mir gefragt, ob er mal da hinfahren kann und guckt, ob da Polizei gekommen ist und so weiter. Weil da kickt es gleich hart rein. Da kickt es hart rein, dass man weiß, scheiße, die Bullen, wer kommt da? Kommt da wieder Staatsschutz, Kripo, was für eine Anzeige ist das? Scheiße, ich hab Bewährung. Was kommt dabei raus? Und so weiter. Und dann natürlich hin. Dann hat der auch noch angerufen und hat gesagt, ja, da stehen zwei Bullenwagen. Irgendjemand wurde da im Krankenwagen dann behandelt. Und ja, dann geht es von dieser Heldentat. Ja, ich bin der beschissene King Kong. Ja, geht es von dieser Heldentat, geht es dann über zu Scheiße, Polizei, kein Bock drauf. Wieder Ärger, Vorladung. Was gibt das wohl? Bewährung weg. Wegen so einer Scheiße. Man will sich ja eigentlich feiern und die Geschichte dann erzählen. Und dann, ja, wie cool wir waren. Und geboxt und drei Meter geflogen. Und wir zwei gegen die sechs oder sieben. Und wie geil das war. Und ja, dann bricht es aber innerlich klein zusammen. Das heißt, scheiße. Zu Hause hab ich gedacht, okay, je nachdem, wie schwer der Verletzte sich zu Thoman gesagt. Ich sag, pass auf, wir müssen die Bude erstmal sauber machen. Lass gleich Rechner wegnehmen. Lass die Waffen beiseite packen. Alles, was nach Gefahr aussieht. Alle CDs, also die anrüchig sind. Alle CDs mitnehmen. Alles beiseite legen und raus. Und lass uns die woanders lagern. Da hatten wir zu dem Zeitpunkt auch den Vorteil. Thoman wohnte ja eine Zeit lang in einer WG. War dann aber schon umgezogen in die Innenstadt. Hatte da einen Keller gemietet. Aber war noch woanders gemeldet. Und da haben wir dann alles hingeschafft. In der Erwartung, okay, wer weiß, was heute noch kommt. Ob die Polizei sofort kommt. Ob da ein Richter was unterschreibt und sagt. Oder Festnahme, Untersuchungshaft oder sonst was. Und das sind mal Momente, Leute. Das kann ich euch sagen. Das sind Momente, die... Ich glaube, dass immer Gewalttäter nicht, wenn die mir sagen, dass sie sich danach, wenn sie wissen, dass die Polizei da ist, dass sie erkannt worden sind, also dass sie bekannt sind in diesem Schwimmbad und so weiter, dass man sich dann zu Hause hinsetzt und sagt, ist mir doch egal. Na und? Gehe ich da vor halt drei Jahre in den Knast. Ist mir doch egal. Wie beschissen muss dein Leben sein, wenn du sagst, ja, dafür gehe ich dann jetzt mal so ab, wegen einem Fahrduschgel oder so. Sondern da bricht alles in einem zusammen. Es ist die schlimmste Phase, so kurz nach der Tat, wenn man weiß, Polizei ist im Einsatz, man ist bekannt. Das ist eine super schlimme Phase und hat nichts mit einem romantischen Gewalttätergehabe zu tun und so weiter, wenn man dann an die Konsequenzen denkt. Und das kann für ganz viele, die auf so einen Prozess warten. Wenn der dann zur Vorladung dauert, dann drei Monate, kommt der Brief nach drei Monaten, dann Gerichtsprozess nach eineinhalb Jahren. Die Zeit dazwischen ist mit die übelste Zeit, die ist sogar teilweise schlimmer, weil man nicht weiß, zu was man verurteilt wird und was dabei rauskommt, als wenn man sein Urteil schon hat und weiß, okay, ich muss dafür ein Jahr oder so absitzen. Das ist schon fast mehr Strafe, weil du bestrafst deine Familie, die dann sagt, ja und läuft alles, ja, ich habe da noch so ein Verfahren, ich weiß nicht, was dabei rauskommt, vielleicht Bewegungswiderruf, bestrafst du deine Familie, bestrafst deine Partnerin, vielleicht dein Kind, deine Freunde, drumherum. Das sind ja alles so Opfer, die man nicht sieht. Ja, das Opfer, der geschlagen wurde, der wirklich körperlich verletzt wurde, das sieht jeder, aber die anderen drumherum, die man damit macht, die werden natürlich ausgeblendet, aber das ist das, was den Täter, würde ich sagen, aus meiner Sicht, könnt ihr gerne hier drunter schreiben, aus meiner Sicht am meisten belastet. Nichts passiert erst mal, dann ist es so, dass, ich wollte gerade ihren Namen sagen, deswegen habe ich mich so zurückgehalten, dann hat sich jemand aus dem Schwimmbad gemeldet und hat gesagt, ja, also alle haben zum Protokoll gegeben, dass die anderen angefangen haben, dass die anderen zugeschlagen haben, dass der eine nur ausgerutscht ist und so weiter. Das hat mir natürlich eine gewisse Ruhe gegeben, wo ich gedacht habe und gesagt habe, nein, das haben alle, das haben alle der, der Bademeister ausgesagt, ich will jetzt da keinen Hate gegen den Laden, so ist es schwierig, das so zu erzählen, aber das heißt, das heißt, in dem Umkehrschluss hatten wir natürlich mehr Akzeptanz, erstens waren wir immer vor Ort, ja, jetzt natürlich als Bademeister und Bademeisterin dann irgendwie gegen uns Aussagen und muss man dazu sagen, dass wir mehr Zuspruch hatten als bekannte aus der gewalttätigen Neonazi-Subkultur, hatten wir mehr Zuspruch als jetzt junge Migranten, die aus Hamburg da gekommen sind und dort auch einen Harten gemacht haben. So hart das jetzt hier klingt, hatten wir aber mehr Akzeptanz. Das ist ja auch teilweise das, was ich dann immer wieder auch in den Videos sage, auch in den Reaction-Videos, wenn es dann teilweise um die Neonazi-Szene in Ostdeutschland geht, dass dort eine größere soziale Akzeptanz ist und das heißt, es gab niemanden, der so richtig was gegen uns ausgesagt hat, Polizei vor Ort, keiner wurde auch zum Revier vorgeladen, aber sie sagte, es ging halt darum auch, wegen der Bedrohung und dass wir die abknallen, wenn die rauskommen und das wurde alles aufgenommen. Gut, dann fingen die Wartewochen so ein bisschen an und dann vergeht das Gefühl, es vergeht leicht, es vergeht leicht, zumindest dieses Gefühl des Vorsichtigseins. Also Computer zurückgeholt, Sachen, scheiß drauf, Hausdurchsuchung nicht sofort, ja gut, kriege ich irgendwann eine normale Vorladung, erstmal einen Harten geschoben, wieder Story immer erzählt, haben wir da zugeschlagen und King Kong jetzt und, ach komm, hör auf, peinlich Philipp, ja, ist so. Und dann vergräbt man das so in seinem Gehirn, man packt das weg, die Situation weg, kommt nichts, alle haben ausgesagt und so weiter, dann wieder schwimmen gewesen. Das haben wir dann meistens irgendwie so in der Mittagspause, ja, gemacht oder frühen Nachmittag und ich komme von dem Schwimmen raus mit Tomann und habe ich auf meinem Telefon, habe ich, ich sage jetzt mal 7, 8, 7, 8 Anrufe in Abwesenheit. Und da habe ich mich schon gewundert und dann habe ich die, dann habe ich die, die zurückgerufen und dann hieß es ja, hier ist der, hier ist der Staatsschutz, wo sind Sie? Ich sage, ich bin unterwegs. Ja, wo sind Sie? Ich sage, ja, unterwegs, das geht Sie gar nichts an. Ja, wir stehen bei Ihrem Haus, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss und sagen Sie mal, wo Sie sind. Ich sage so, nee, ich sage, ich rufe erst mal meinen Anwalt an und ich sage gar nicht, ich sage gar nicht, wo ich bin. Ich sage, ich mache mich auf den Weg, ich bin in 30 Minuten da. Ja, sagen Sie jetzt, ja, also so ein Machtgehabe am Telefon, ja. Und da wird natürlich schon so versucht, jetzt Druck zu machen und da habe ich mir schon überlegt, okay, scheiße, was ist jetzt? Wissen die, dass ich im Wonnema bin? Die werden ja ein Profil wissen, die wissen, dass ich dreimal die Woche da bin. Vielleicht geht es um die Tat, die da passiert ist und so weiter. Und da geht natürlich so eine Maschinerie im Kopf los, dass man sich überlegt, okay, was jetzt machen? Ich zu Ton, Mann, scheiße. Ich sage, die machen eine Durchsuchung. Ich sage, geh du hier mal los, frag mal die und die, ja. Sag mal, wir brauchen hier noch so einen Coin, ja. Da kriegst du ja immer so einen Coin, dass du da so einen Schrank aufmachst, Alter, weißt du? Und ich sage, ja, ich muss die Waffe hier irgendwo in dem Wonnema verstecken. Ich sage, wenn ich jetzt hier rauskomme aus dem Wonnema mit dem Ding in der Bauchtasche, wer weiß, ob ich hier vorne gleich verhaftet werde. Und, ja, er nach vorne, so unauffällig wie möglich, hat sich dann so einen Coin geben lassen. Also nicht auf unserem Namen, weil sonst gehst du ja rein, du checkst einen irgendwie und dann hatte ich ja diesen Mitgliedsausweis und kriegst du da den Coin drauf. Ist wahrscheinlich nachzuvollziehen, kann man sich schon irgendwie so vorstellen. Und dann auf jeden Fall, gut, diesen Schrank auf, die Knarre da rein, sonst alles mit, angezogen. Und dann geh mal wirklich, dann geh mal wirklich aus so einem Laden raus. Und ich habe Thoman gesagt, er soll auch drinbleiben, ja. Er soll sich danach so verpieseln und ich melde mich dann nachher, wenn die Hausdurchsuchung ist. Da ist sowieso schon mal egal. Man kann gar nicht abgebrüht sein. Also wer mir sagt, ihm geht in einer Hausdurchsuchung völlig so cool so und sagt so, ey, cool und so weiter. Selbst wenn ich wusste, die Bude ist sauber. Wer hat da schon Bock drauf, dass da irgendwie jetzt nachher gleich 20 Kops durchlatschen, alles durchwühlen, alle Kelloggs anfassen, Kühlschrank auf, Couch umkippen. Was weiß ich. Wer hat denn da schon Bock drauf? Da musst du ja wirklich also schon richtig einen verbummelt haben, um das irgendwie zu mögen. Ich bin dann auch aus dem Gebäude raus. Ich muss dazu sagen, ich fühlte mich sehr unwohl. Ich dachte, ich werde gleich verhaftet. Das weiß man ja auch immer nicht. Die sagen ja dann auch nicht am Telefon, ja, wir haben eine Hausdurchsuchung, sondern wenn da ein Haftbefehl ist, dann sagen die das nicht am Telefon, dann fährst du ja nicht mehr hin, dann würdest du ja potenziell auf Flucht gehen. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit zumindest sehr hoch, dass du dich nicht stellen würdest und erstmal nochmal versuchst, dich zu verdünnisieren. Und das sind so unangenehme Momente, selbst wenn ich die jetzt hier euch berichte, kickt das so hart rein, dass ich das als sehr, sehr, als sehr, sehr unangenehm empfinde. Und das ist dann für mich so eine Sache, wirklich das zu erzählen, es kommen viele Magenschmerzen bei mir durch. Ich hatte das Gefühl auch, dass ich schon ab dem Zeitpunkt vom Wonnema beobachtet wurde, dass sie mir hinterher gefahren sind. Ich bin dann natürlich zum Haus rangefahren, hatte immer wieder im Hinterkopf, hoffentlich finden sie die kleine Waffe nicht, ja, und dass es dann vorwärts geht. Finde ich gut, dass jetzt irgendjemand hier im Haus anfängt zu bohren. Und bin dann da hingekommen, Polizei natürlich erstmal hin, Polizei zu einem, ja, Hände hoch ans Auto ran, ja, durchsuchen, Bauchtasche ab, ja, alles aufmachen, gucken und so weiter. Und dann Haus auf, alle rein, Autodurchsuchen und so weiter. Im Durchsuchungsbeschluss stand dann drin, suchen potenzieller Waffen, weil Bedrohung im Wonnema, so und so, Körperverletzungen, bla bla bla, alles drauf, habe ich gedacht, schöne Scheiße. Ist natürlich ein guter Vorwand, wenn eine Bedrohung da ist und sagt, wir knallen euch ab und du kommst aus einem extremistischen Milieu, Polizei geht los, kann ich heute zu 100% fühlen. Und das ist auch richtig so, dass das dann so gemacht wird, damit potenzielle Attentäter, Gewalttäter dann auch schon im Vorhinein zumindest denen die Waffen entzogen werden und auch gestoppt werden und beziehungsweise auch inaktiert werden. Auf jeden Fall super unangenehm. Aus der Wonnema-Sache kann ich euch sagen, ist nie was geworden. Ich glaube, die Jungs aus Hamburg sind nie zur Aussage gegangen, wegen der Strafanzeige, die hat die Polizei von Amts wegen aufgenommen, die sind nie zur Aussage gegangen und ich habe dann danach nie ein Gerichtsverfahren gehabt. Auch die Pistole wurde natürlich nicht gefunden, wäre aber eine gute Chance gewesen, die dort zu finden, aber ist dann dort nicht passiert. Ich hatte in dem Video hier vorgesagt, es sollte neuer Ärger am Himmel kommen und der stand auch drin. Also, hä, der war in den Wolken zu sehen, dieser Ärger. Es sollte wieder um Rocker gehen. Bis dahin hatte ich dann mal ein Bild von der Rockers schon so ein bisschen gelockert, wo ich gesagt habe, naja, okay, hier in der Region jetzt vielleicht noch nicht so die Überrocker. Also auf gar keinen Fall zu vergleichen mit Hamburg-Berlin, das wussten wir, dass das hier alles so so eine Spielwiese ist. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Da sollte noch ganz schön was abgehen, Mecklenburg-Vormann. Da wartet mal drauf. Aber ich habe mich dann mit meinem Grafiker überworfen. Ich weiß es nicht mehr, warum. Du kannst es gerne hier drunter schreiben. Ich weiß ja, du guckst das auch und ich hoffe, dir hat das Buch gefallen. Und auf jeden Fall ist es so dazu gekommen, dass da ein paar Dinge passiert sind, dass ich ihm dann zumindest Haue angedroht hatte. Und das sehr massiv. Und wenn ich dann erstmal in Garage war und ich habe die angedroht, dann war der Weg auch nicht mehr weit. Und der hat sich dann an jemand anderes gewandt, um mich sozusagen aufzuhalten. Und wie das weiterging, Leute, wisst ihr was? Das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste.